Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fabi-Solator. Mit dabei ist die liebe Jule und der Vitis. Moin. Hallo. Die sind auch an ihren Hof zu gängen, der Hof Weinbusch, ganz hinten. Heute sind wir nur zu dritt, bis jetzt. Vielleicht ändert sich das nachher noch, ich weiß noch nichts anderes. Aber ich kann, bevor es regnet, schon mal anfangen, meine Wiese zu mähen. Wegen das, was ich dann nachher gemäht habe, kann ich dann während des Regens aufsammeln. Hm, hoffe ich zumindest. Hm, ja. Drück mir mal die Daumen, dass ich auch alles richtig fertig kriege. So, und die Leistung passt mit meinem Trecker. Ich habe ja ein bisschen zu wenig Leistung, aber mit 21, 22 kmh, wie sie mähnen, da bin ich glaube ich schon gut dabei. Das hat sich gelohnt, Jule. Ja. Bis auf 25,1 ist es jetzt voll. Ja. 25 liegen noch in unserem Anhänger. Und ihr, Vitis und Jule, wenn ihr mit eurem Feld fertig seid, könntet ihr es nur noch schaffen, vielleicht mein Feld noch zu ernten, Feld 11? Was zahlst du? Das weiß ich noch nicht. Kann ich euch sagen, wenn was ihr raus habt. Strohablage und so. Ach, und ich muss noch was dazu sagen, der liebe Clyde ist mittlerweile auch schon hier. Ich habe ihm schon die Möglichkeit gegeben, seinen Hof einzurichten. Er hat auch schon die ersten Kühe anlaufen. Ach, du Scheiße. Ja, er hat die ersten Kühe schon anlaufen. Der ist an den Hof... Ja. Hier an den hellblauen Hof ist er. Ja, hat der denn schon gezockt? Der hatte zwei Stunden Zeit. Er hat die Kühe schon anlaufen, krass. Ja. So, der hat doch einen fertigen Stall. Der brauchte doch nur ein bisschen Gras mellen und was zum Wasser reinmachen. Läuft er doch. Hat die irgendwie Kraftfutter im Kopf? Ja, musst du nicht haben. Das reicht Gras an. Und für Schweine? Das reicht auch. Irgendeine Frucht hat Hauptsache, du kannst anfangen, weißt du. Also würden die Sojaboden reichen? Theoretisch. Die wir gerade ernten. Du hast halt nur die volle Prozent als Effektivität, ne? Ja, ist logisch. Zum Beispiel, ich bringe ja auch gleich Kühe zum Laufen, nachdem ich hier dieses Grasfeld geerntet habe. Und dann ist es gut. Moin, hier ist der Homeoffice-Geschädigte. Der ärgert sich jetzt bestimmt wieder. Ja. Wie er mir sagte, dass er den Computer bald zurückbauen möchte. Aber wir sind ja auch erstmal dabei. Ja, mein Trecker ist ein bisschen schwach für die Kombi, aber es geht noch. Also, der fährt noch. Ja, Jule. Wollen wir mit der Schweine anfangen, ne? Ja. Dann haben wir noch ein bisschen Geld. Naja, und ich glaube, hast du einen Anhänger leer? Du bist auf 23 Erste. Ich finde mich. Wie voll bist du denn? Äh, warte, äh, voll. Hast du schon Schweine gekauft? Nein. Sonst könnte ich ja vielleicht... Mein Schwein kostet 1000. Okay. Wir haben noch 4000. Lass mal gucken, was die Bank hergibt. Die Bank kann euch auch noch ordentlich Kohle geben. Okay, Jule. Ja. Wir könnten der Bank ein bisschen was aus dem Kreuz leiern. Ja, das könnten wir. Wie viel wollen wir denn aufnehmen? Wie viel Schweine willst du? Oh, okay. Eins kostet 1000, hast du gesagt. Noch nicht. Ich komme hier nicht durch, doch. Nee, ich werde ein bisschen von dem Gras, hätte ich, ähm... Was brauchen wir denn eigentlich für Schweine eigentlich? Ein Stall, also, das ist klar, schon auch, ne? Kina, hast du schon? Äh, was können wir denn... Oh, ja, Gerste kannst du ja auch mit reinkippen, ne? Ein Schwein, ja. Weiß, Weizen, Gerste, Raps, Sonnenbogen, Sojabond, Kartoffeln und Zuckerrüben. Also, Weizen und Gerste sind sogar dasselbe. Die füllen sogar einen Trigger auf. Ja, ja. Fortpflanzungsgeschwindigkeit schnell. Er ist ja, Schweine machen Profit aus, äh, Züchten, ja. Ihr braucht nicht viele Schweine, denn wenn ihr 10 Schweine an einem Fang habt, reicht das. Ich wollte gerade sagen, wollen wir 10 erstmal fangen. Ja, dann machen wir das. Und dann könnt ihr ja sehen, ob sie euch so langsam, äh, wachsen. Winke, winke. Hab ich immer noch ne Verzögerung gesehen? Er näht mich aus. Ja, weil du noch, warte, weil du noch keine Tiere drin hast. Äh, rosa, weiße... Und das Schöne ist, ich hab ja mehr als nur eine Wiese. Pflanzen sich ja sogar ohne Männchen fort hier. Wieso gibt's da Männchen und Weibchen mittlerweile? Naja, das hast du, glaub ich, nur wenn du mit Seasen spielst. Ja. Jetzt müsstest du es abladen können, bitte. Müssen wir gleich noch ein Wasserfass kaufen, ne? Ja. Oh, das bräuchte ich auch, ja. Oh, fuck. Was ist... Du musst rückwärts wieder raus, ja? Nein, du kannst auch vorwärts raus. Ach so. Musst du nur erst das Tor hier vorne aufmachen. Okay. Dann hoffen, dass ich mir die Kurve komme. Dieser Hof ist so verdammt eng, ne? Mhm. Ja, denkst du, es ist meiner, äh, breiter? Die sind alle sehr eng. Hab's nicht auch Leere zum selber bauen? Nee. Die sammeln nicht. Außen ist bei euch gerade Weltuntergang. Bei uns nicht. Bei uns ist, äh, über 30 Grad, also... Sonne scheint. Jetzt kommt wieder der Moment. Ach, der Moment, ja. Oh. Welcher Moment? Der Motor aus. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Bleib stehen. Jetzt läuft's nicht mehr. Lief, weil ich mich bewegt hab, glaub ich. Du schubst nicht den Bärchen, Roger, ich glaub's ja wohl. Ja, da hab ich gerade was ausgelassen. Da hab ich ja je Menge ausgelassen. Oh, der Drescher. Der Anhänger ist einfach zu groß für den kleinen Drescher. Ja. Das hab ich nicht bedacht, als ich das gekauft hab. Immer nur diese Silage. Moin, Leute. Na, Phil, wie geht's dir? Phil, wir hätten Platz frei. Spiel ja immer sonntags. Wollt oder konnte nicht, oder wie war das? Konnte nicht. Aber jetzt schön in Livestream. Ich weiß nicht, ich muss gleich mal nach der Folge hier mal gucken, ob ich eine Verzögerung drin hab. Die muss ich nämlich rausnehmen. Ich hab's dann nämlich letztens reingemacht beim Rainbow-Spielen. Zwei Minuten Verzögerung ins Stream. Weil wir mal Multisweben gemacht haben. Und haben ein paar mehr gestreamt. Und jeder konnte in den Multisweben halt reingucken. Da hab ich mir gedacht, nach den ersten zwei Runden. Moment mal, wie konnte er wissen, dass ich da bin? Hab ich wieder so vorsichtshalber zwei Minuten Abstand reingemacht. Danach wurde's besser. Okay. Was ist das? Braucht Kalk das Feld, oder was? Nein, nein. Und das hab ich noch gar nicht geguckt. Achso. Ich dachte jetzt gerade. Das ist gut. So. Moin gleich, du alte Socke. Und du junger Spund. Weitgeirgendwohl. Das ist einfach geil. Mann, 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 Mann. Tatsächlich wird da dieses Gras ein bisschen Silage und ein bisschen Gras halt für die Kühe. Du hast eine Minute Verzögerung. Ja, okay, dann werde ich das gleich mal ändern. Dann werdet ihr von der Veränderung ja kaum was mitkriegen, weil das so schnell geht, dass du zwei Minuten dann... Dann werdet ihr wahrscheinlich... ...gleich mal kurz den Off-Stream sehen. Aber nur kurz. Ja, wegen Fabio-Soilette, da brauche ich keine Verzögerung. Ich komme nicht von COD weg. Willen, oder? Jo. Das macht dir auch Laune. Was spielt ihr denn da? Ja, welches denn? Ist ja über die Jahre so einige geworden. Er wird wahrscheinlich MW zocken, aber welchen Modus? So, die Wiese ist genäht. Wer kommt hier durch? Ja, wer kommt da durch? Ach, hier nicht. Boah, dein Ernst? Was ist los? Ich habe mich gerade am Anhänger irgendwie... Jetzt. Da war noch ein bisschen was drin. Ein bisschen Abstand zum Zorn muss ich schon halten, glaube ich. Okay. Dann habe ich gleich mit Schwaden Probleme. Versuch mal, den Rest gleich im Schweineschal zu kippen, den ich hier im Trasche habe. Ist es nicht in den Anhänger? Doch, ein bisschen habe ich reingekriegt, aber jetzt habe ich nur 300 Liter. Versuch mal, ob das klappt. Manchmal geht das ja, das ist direkt. Na, sieht es noch gut aus, dass ihr vor dem Regen hier seid? Ja, unser Feld ist fertig. Ich hole gerade nur noch einen Wasserfass ab. Ich brauche nur... Scheiß COD. Oh Gott. Hat Kleid geschrieben. Was sagt der? Kleid hat scheiß COD geschrieben. Ist der jetzt noch mal der scheiß Laden? Oben bei der Tankstelle, du hätt... Du bist nur... Warte mal, ich gucke einfach mal mehr. Nein, nein, der Laden, wo Sachen, die wir kaufen, gespawnt werden? Ja, hättest du oben bei uns beim Hof... Muss gar nicht so weit. Ja, danke. Bitte. Ich habe nicht gesehen, wo du langgefahren bist. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr nur vor dem Regen da seid. Wenn du der Straße jetzt, wo du drauf bist, fallst... Ja, ich habe schon Markierung gesetzt. Achso, okay. Ja, das kommt drauf an. Jule musst zu dir fahren. Zum Abtransporten Anhänger hast du ja. Ja, ja, der Drescher reicht. Steht der parat, dein... Mein Anhänger, ja. Okay, komm. Weil ich fahr gerade mit einem Wasserfass abholen. Wegen dann bitte mit Strohablage, ne? Ja, mach mal. Ich brauch Stroh. Boah, ist zu kurz. Wofür brauchst du denn Stroh? Für Kühe. Für Kühe. Ich brauch noch mal... Wofür brauchst du denn noch mal? Boah, ich habe Angst vor den Pfosten, wenn ich den nachher schwadere, ne? Bei meinem Feld hier, was ich gerade mit dem Gras ernte. Welches Feld muss ich denn hinkommen? 11. Direkt bei mir über den Hof müssen wir fahren. Ja, okay. Besprechen kann ich's dir nicht. Besprechen kann ich's dir nicht. Also, ich bin nur mit 22 Färmer unterwegs. Ich bedenke das. Ja, wär ne schön. Wenn's vorhin den Regen abgehend hat, ist es nicht groß. Ist wirklich nicht groß. Ja, wir gucken. Irgendwann geht's dir langsam rund. Irgendwann bin ich mit dem Gras auch durch. Dann habe ich alles da. Ein bisschen Silage kann ich schon mal machen. Ja, unsere Schweine und unsere Hühner laufen auch. Ja, dann laufen gleich meine Hühner auch. Also... Achso, ist das Weizen oder Gerst oder was? Weizen. Ja, das ist ja auch mal, äh, einfach mal, ja. Ja, das ist ja auch mal. Ich bin ein bisschen alt und schön. Toll, wenn ich irgendwas verstehe, kann ich das dann fast nicht befüllen. Toll. Es gibt platzierbare Wasserstellen noch. Wir haben 118 Gäste. Bank? Nein. Alles weg? Nicht mehr wie nötig, nein. Gießt du mir noch eben? Ich bin nämlich schon fertig hier. Ich bin glaube ich wieder zurück zum Hof. Phil wieder weg. Dann hat bestimmt COD fertig geladen. Oh, ärgere doch dich mit dem Arm, Phil. Ich denke, der wird auch irgendwann wieder mit dir spielen. Und dann fragst du ihn mal und dann sagt er so, du hast mich geärgert wegen COD. Ja. Oh, schön den. Jetzt bin ich falsch abgewogen. Jule vor den Regen bitte. Oh, Frank. Ja. Du weißt, dass ich einmal quer durch die Map muss, ne? Ja. Ich bin dir bewusst. Es gibt Aufschlag, Jule. Wie gesagt, Frank. 10.000, ne? Hatten wir abgemacht. Nein. So krieg ich nicht mehr aus dem Feld raus. Das geht ja sowieso in deine Tiere. Also kriegst du ja eigentlich gar nichts raus. Nein. Äh. So heftig ist es auch, ne? Äh. Ich hab ein bisschen was nachher im Lager schon, aber... Ja, immer diese kleinen Bäumchen hier stehen, ne? Okay, Frank. Es gibt... Es gibt... Es gibt einen Freundschaftsrabatt. Aha. 5.000. Boah. Ich hab dir 50% der Kosten erlassen. Wir sehen gleich erstmal, wie viel wir raus haben. Das ist ein Feld. Hat das damit zu tun? Sagen wir mal so... Wir hatten 10% des Erntewerts. Dann kriegen wir 50€ für die Aktion. Das lohnt sich nicht. Ne, ne. Äh. Wenn ihr über 10.000 rauskriegt. Was kostet Weizen? Äh. Weizen kostet 600. Das sind 6.000 bei 10.000. 10% sind 600, ja. Kriegen wir da 10.000 Weizen raus? Ich denke schon. Im Pissfeld. Was habt ihr rausgekriegt? Das sind 4.000 oder so. Oh, wo hab ich mich denn jetzt hier festgefahren, meine... Wir machen das einfach, Frank. 1.000. 1. Mal ist Juli... 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 über die Runden komme. Ja, und wir sind der arme Immobilienhai. Wir müssen auch gucken, wie viel über die Runden kommen. Ja, ja, der arme Immobilienhai. Ich wurde hier gerade mit einem Zweikreisenschwader durch die Gegend. Besser als gar keins zu haben. Ich glaube, den großen krieg ich auch mit dem Zweck gar nicht gezogen. Da habe ich dann erstmal genug zu tun. Aber, liebe Freunde, das ist aber auch schon das Ende der Folge, ob die Jule hier jemals ankommt oder nicht. Hallo? Das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Nein, ich bin zufrieden. Ob ich dann eine in die Fresse gekriegt habe oder nicht, das erfahrt ihr dann nächsten Sonntag im Livestream. Den Link dafür findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Bis dann. Ciao, Leute. Vorsicht.